Was geht ab Leute? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, wir zocken heute mal Granny, ein Horrorspiel auf dem Handy. Wir haben gerade 3 Uhr morgens, wird langsam Zeit für den Krabbenbürger Leute. Hier, man sieht es auch nochmal und nein, das ist nicht mein Auto, das habe ich in Berlin gesehen. Jedenfalls Leute, müssen wir hier bei Granny vor einer Oma flüchten und ich habe es noch nicht wirklich gespielt. Das heißt, ich zocke jetzt quasi mit euch das erste Mal. So Leute, dann gucken wir mal. Ja, wo ist denn hier die Oma? Oma, Oma, Oma. Okay, erstmal aufstehen und ich würde sagen, direkt morgens, ne, was gibt es schöneres Leute? Erstmal ein paar Kniebeugen. Aber warte mal, wir sollen ja leise sein, ne, ich glaube das ist doch nicht so gut. Versteht denn hier, leave this house. Ja, das weiß ich schon, ich soll hier abhauen. Was gibt es hier noch so? Wir haben hier, oh da hat jemand was gemalt. Was steht denn hier? Hört sich nicht so gut an. Einen Schrank, können wir uns hier verstecken. Okay, ich schleiche mal raus, beziehungsweise ich mache mal die Tür auf und hoffe, dass die nicht schon da ist, die Granny. Ne, sieht auch alles soweit gut aus. So, wir gehen mal weiter. Oh? Oh? Da kommt irgendwas. Bitte nicht, bitte tu mir das nicht an. Ich bin doch zu jung. Oh nein, nein! Oh, 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 oh. Ein, ein Teil von der Shotgun. Und... Da kommt irgendwas. Da kommt irgendwas. Oh nein, 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 nein. Ich muss nicht verstecken. Leute, da kommt irgendwas auf uns zu. Ich weiß aber nicht was. Kann ich... Ich gehe runter. Okay, ich bin jetzt unter einem Bett. Oh nein, die kommt, die kommt, die kommt, die kommt. Hat die es gecheckt? Die checkt es nicht, oder? Ich glaube, die checkt es nicht. Oh shit. Das Spiel ist echt geil, besonders es ist umsonst fürs Handy, Leute. Also je weniger Sounds wir quasi machen, umso besser ist das. Aber ganz im Ernst, ein bisschen Spaß muss sein. Okay, 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 dann gehen wir hier mal durch die nächste Tür. Oh nein, 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 die kommt, die kommt, nein. Hau doch ab, Mann, ich will nicht sterben. Nein. Oh nein, 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 nein. Da klingelt jemand. Geh doch an die Tür, Mann. Geh uns das Bett. Geh, kann ich uns das? Ich kann nicht uns das Bett. Da klingelt doch jemand. Oh Gott, Mensch. Ah. Alter. Alter. Okay. Das ist schon nicht ohne. Besonders um 3 Uhr morgens. Ich suche mir natürlich mal wieder die perfekte Zeit aus, um das Spiel zu spielen. So, I have to leave this house. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Mein... Geht die Tür nicht auf? Die muss jetzt quasi erstmal wieder die Tür aufmachen, wenn ich das richtig sehe. Oma, lass mich hier raus. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Oma. Ich glaube, die hat mich vergessen, oder? Jetzt quasi Sounds gemacht. Also jetzt müsste die doch eigentlich kommen, oder? Oh ja, da kommt irgendwas. Da kommt irgendwas. Aber... Der Raum ist zu. Jetzt kommt die rein. Ey, Bro. Ich wollte schon sagen, wenn die mich jetzt gefunden hätten, das wäre ja mal, äh... Ne? Granny ist so nett und hat uns sogar die Tür aufgemacht. Ne? So wünscht man sich das doch von der Oma. Jetzt warte ich ein bisschen. Ich sneak mal hier, ja. So, wir machen jetzt keine Sounds. Keine Sounds. Mann, ey, Granny! Was ist los mit dir? Hast du Aggression, Mensch? Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Okay, ich kann die Tür jetzt aufmachen. Kann ich einfach durchrushen? Oh, oh, oh! Ich hau einfach ab. Ich bin einfach nicht stehen. So schnell kann die alte noch nicht sein, oder? Was ist die? Well, that escalated quickly. Leute, ich hab echt keine Ahnung von dem Spiel. Man merkt es vielleicht. Aber es macht Bock. Es macht wirklich Bock, auch wenn ich irgendwie gar nichts auf die Kette bekomme. Also langsam kommt auch hier ein Licht ins Dunkle rein. Was passiert jetzt hier? Wahrscheinlich ein Versteck, oder? Wenn wir uns irgendwie verstecken müssen, oder so. Weil hier kommen wir in den geheimen Keller. Na, hat hier die liebe Oma irgendwas zu naschen? Och, Granny, Mann. Lass mich doch einmal alleine. Ich will auch mal mein Geschäft machen. Das war's mit der ersten Folge von Granny. Wenn's euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.